Die Weltcup-Abfahrt in Ofterschwang. Sie hinabzusausen, macht nicht nur den Skiprofis Spaß. Viele Freizeitfahrer nehmen jedes Jahr die Herausforderung der Piste an. Wem das inzwischen zu langweilig geworden sein sollte, dem bietet sich am Samstag eine besondere Gelegenheit. Dann findet das erste Bergaufrennen statt, das Allgäu Vertical. Veranstalter Axel Reusch hatte die Idee dazu im vergangenen Winter. Ich habe letztes Jahr in Kitzbühel bei dem Rennen mitgemacht, Vertical Up heißt das. Da geht das Rennen die Streif rauf, auch bei freier Materialwahl. Man konnte laufen, man konnte mit Touren, Ski gehen, Schneeschuhen, jeder, wie er möchte. Das fand ich so beeindruckend, das hat so Spaß gemacht, dass ich da eigentlich schon beschlossen habe, ich würde gerne so etwas Ähnliches im Allgäu auch veranstalten. Auch im Allgäu wird die Wahl der Ausrüstung den Teilnehmern überlassen. Eine mögliche Variante wäre solch ein Schneeschuh. Aber auch Laufschuhe wären denkbar, zumal wenn man sie mit Spikes versieht. Die versprechen auf dem Kunstschnee einen sicheren Halt. Man könnte auch Bergschuhe damit ausrüsten oder auf Ski setzen. Die müssten natürlich mit einem Steigfell ausgerüstet werden. Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt. Also richtig Pflicht ist nur eine Stirnlampe. Also die Veranstaltung findet ja in der Nacht statt, 18 Uhr ist Start, das heißt wir haben auch keine Beleuchtung. Wir haben auch unterwegs die Beleuchtung ausgeschaltet, um eben das Nachterlebnis, das Flair von dem Rennen entsprechend zu halten. Also eine Stirnlampe ist Pflicht. So ausgerüstet kann man dann die 540 Höhenmeter bis zum Ofterschwangerhorn in Angriff nehmen. Das Ziel wird die Weltcup-Hütte sein. Nach dem Zieleinlauf wird hier oben einiges geboten. Im Ziel gibt es eine Zielverpflegung mit heißem Tee, mit einer Brühe. Dann kann man sich umkleiden, damit man nicht kalt wird, sich nicht erkältet. Und danach haben wir einen Glühweinstand oben auf der Weltcup-Hütte. Ich denke, das wird von der Atmosphäre ganz toll, dass man da zusammenstehen kann, Glühwein trinken, Punsch trinken. Und hinterher gibt es eine Abschlussveranstaltung im Ofterschwangerhaus, wo man bei Kehspatzen zusammensitzt und noch eine kleine Siegerehrung machen. Wen diese Belohnung nach Ofterschwang lockt, der kann sich auch am Renntag noch nachmelden. Welches Rezept dann zum Sieg führt, das wird bis ins Ziel das große Geheimnis bleiben.